Scratch ist eine wunderbare Programmierumgebung für Anfänger, also für Leute, die erste Programmiererfahrung sammeln wollen. Ja, und wenn du schon so ein ganz kleines bisschen dich mit der Umgebung hier vertraut gemacht hast, dann kann ich dir zeigen, wie man damit innerhalb von vielleicht nur 20 Minuten schon richtig schönes Spiel programmieren kann. Das heißt, du müsstest jetzt hier diesen Bildschirm sehen, den ich auch vor mir habe, mit der Katze. Ich beginne beim Startbildschirm und fange jetzt einfach mal an, was zu machen. Meine Spielfigur ist im Moment noch die Katze, aber ich möchte gerne was anderes nehmen. Sagen wir mal die Fledermaus dort. Die kann so schön flattern. Jetzt habe ich beide Figuren hier offen und brauche aber nur eine erstmal für den Anfang. Das heißt, die Katze gehe ich auf den Mülleimer, weg ist sie und ich habe nur die Fledermaus. Die soll sich auch nicht auf dem weißen Bildschirm bewegen, sondern einen schönen Hintergrund haben. Also klicke ich hier auf Hintergrund und scrolle mal ein bisschen durch, ob irgendwas passendes dafür ist. Ja, dort dieser dunkle Wald. Wutz. Und das Ganze sieht doch schon recht stimmig aus. Nachdem ich nun das Aussehen gestaltet habe, kann ich jetzt anfangen zu programmieren. Die Programme beginnen erstmal meistens mit der grünen Fahne und deswegen ziehe ich hier unter Steuerung. Wenn die grüne Fahne eingeklickt wird, dann geht das ganze Programm los. Zuerst lassen wir die Fledermaus vielleicht dorthin gehen, wo sie gerade ist. Ich finde sie auch ein bisschen groß vom Aussehen her, aber man kann die Größe verändern. Probieren wir mal 50% aus. Grüne Fahne. Ja, das sieht vernünftig aus. Ich glaube, das ist ganz gut zum Steuern. Ja, ich möchte die Fledermaus selber als Spieler steuern und dazu muss ich jetzt die ganze Zeit scratch sagen. Du musst jetzt Abfragen machen, was passiert, wenn ich zum Beispiel die File-Taste nach oben, nach links, nach unten oder nach rechts drücke. Das heißt, ich baue hier eine Schleife ein, wiederhole fortlaufend. Und in diese Schleife kommt dann der erste Falls-Dann-Befehl, und zwar falls die Taste Fall nach oben gedrückt wird. Dann soll sich die Fledermaus auch nach oben bewegen. Ja, und hierfür habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Also ich könnte sagen, dreh dich nach oben und beweg dich dahin. Das würde aber auch bedeuten, dass die Fledermaus die ganze Zeit sich dreht. Aber die guckt gerade so richtig schön frontal auf mich in die Kamera. Das gefällt mir eigentlich auch. Deswegen möchte ich das auch beibereiten und ändere einfach nur die Y-Koordinate. Das heißt, ich wähle hier den Befehl aus, ändere Y um 10. Probiere ich mal aus. Drücke die File-Taste nach oben. Ja, wunderbar. Ein bisschen zu schnell, denke ich. Also 10 ist vielleicht zu viel. Versuchen wir es mal mit 5. Ja, das ist eine angenehme Steuerung. Damit kann ich arbeiten. Gut, die Fledermaus soll nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Das heißt, jetzt das gleiche Spiel nochmal, wenn die File-Taste nach unten gedrückt wird, dann ändere ich die Y-Koordinate um minus 5. Dann brauchen wir auch noch eine Bewegung nach links-rechts. Damit ich jetzt nicht hier die ganze Zeit mit dem Befehl hin und her scrolle, machen wir mal beide gleichzeitig. Falls, falls. Falls Leertaste, File nach rechts gedrückt wird und falls Leertaste, File nach links gedrückt wird. Und mache das gleiche Spiel hier mit den Bewegungen in der X-Koordinate. File nach rechts, X um plus 5, File nach links, ändere X um minus 5. So, ich probiere es mal aus, drücke auf den File und jawohl, ich kann mit den File-Tasten meine Spielfigur über das Feld steuern. Allerdings fliegt die nicht wirklich, sondern die gleitet noch hin und her. Aber das kann ich jetzt mit einem zweiten Programm ändern. Das heißt, ich fange nochmal ganz von vorne an. Wenn die grüne Fahne gedrückt wird, dann soll jetzt noch was anderes passieren. Und zwar soll die Fledermaus ihr Aussehen verändern. So, verschiedene aussehende Spielfiguren, das läuft unter Kostüme. Das heißt, ich gehe dorthin, wechsle zum nächsten Kostüm und dann warte ich vielleicht mal eine Sekunde und das Ganze eben auch in so einer Dauerschleife, damit die Fledermaus dauernd ihr Aussehen verändert. Ich klicke mal an und jetzt sehen wir alle Aussehensvarianten der Fledermaus hintereinander weg im Abstand von einer Sekunde. Das ist natürlich kein Flattern, das braucht vielleicht mal 0,2 Sekunden. Das ist besser. Naja, auch nicht ganz so gut. Das sieht noch so ein bisschen nach Yoga-Übung aus. Das gehört nicht alles zum Flattern. Ich gucke mir mal die Kostüme an. Das geht hier links. Okay, das sind insgesamt vier Kostüme und zum Flattern gehören wohl nur die ersten beiden, Bett A und Bett B. Das heißt, ich schmeiße den Befehl, wechsle zum nächsten Kostüm wieder raus und nehme stattdessen, wechsle zum Kostüm A, dann warte nochmal 0,2 Sekunden und dann wechsle zum Kostüm Bett B. So, wenn ich das jetzt mache, ja, dann flattert sie so richtig schön und wenn ich das jetzt mit den Pfeiltasten kombiniere, dann kann ich meine Spielfigur wunderbar flatternd über das Feld hin und her bewegen. Das gefällt mir gut. Ich brauche einen Gegner, den ich nicht berühren kann. Das heißt, ich nehme eine zweite Spielfigur ins Feld, gucke mich mal ein bisschen um. Da zum Beispiel ist der Bär. Ja, ein Bär ist ganz gut. Der ist natürlich jetzt auch sehr groß. Machen wir den vielleicht auch mal auf Größe 50. Ne, das ist zu klein. Ein bisschen mehr. 60. Ich denke, das geht in Ordnung und der soll natürlich nicht genau, wo der Fleder muss sein, sondern da unten links vielleicht mal starten. Und jetzt kann ich auch für den Bären ein Programm schreiben. Ich habe hier unten ja die beiden Figuren Bad und Bear Walking und wenn ich jetzt für den Bären schreibe, habe ich den Bären aktiv. Sehe das übrigens auch oben hier leicht grau unterlegt, dass dort auch gerade jetzt das Programm für den Bären geschrieben wird. Auch hier, wenn die grüne Fahne angeklickt wird, dann geht es los und der Bär soll eigentlich nur die ganze Zeit sich durch das Feld so ein bisschen hin und her bewegen. Beginnend an der Stelle, wo er jetzt gerade ist. Das hat er schon automatisch eingetragen. Auch die Größe 60 Prozent. So als Startbedingung sollte ich am Anfang in das Programm festlegen, dass das immer so ist. Und ich setze den Drehtyp noch auf links-rechts, denn ansonsten würde er sich beim Drehen nach links auf den Kopf stellen. Ja, und jetzt geht es los. Wiederhole fortlaufend ein bisschen durch die Gegend zu gehen. Das können wir mit den Schritten hier machen. 10er Schritt ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Ich nehme auch hier mal den 5er Schritt und starte mal das Programm. Und ja, ich denke, der Bär gleitet im Moment noch in einer annehmbaren Geschwindigkeit von links nach rechts. Man soll aber kreuz und quer durchs ganze Bild fahren. Deswegen setze ich die Startrichtung nicht auf 90 Grad, sondern so ein bisschen schräg nach oben auf 75 Grad. Starten wir nochmal. Und ich denke, ja, das ist brauchbar. Aber jetzt bleibt er wieder am richtigen Rand hängen. Gut, das muss ich noch einprogrammieren, dass er dann wieder zurückgeht. Das heißt, falls der Bär den Rand berührt, dann gibt es diesen schönen Befehl Pralle vom Rand ab. So, und jetzt gucken wir mal, macht der Bär eigentlich eine wunderbare Zickzack-Bewegung, der man später ausweichen soll, durch den ganzen Bildschirm. Allerdings auch der Bär, der gleitet im Moment noch, ohne dass sich da irgendetwas im Aussehen verändert. Also schreibe ich ihm auch ein kleines zweites Programm dazu. Und dort kommt wieder rein. Wiederhole fortlaufend. Und jetzt kommt der Kostümwechsel dazu. Wechsle zum nächsten Kostüm und warte immer zwischen jedem Kostüm, sagen wir wieder die 0,2 Sekunden. Ich klicke auf grün. Und dann schauen wir mal. Ja, allerdings die Laufbewegung ist zu langsam. Deswegen warten wir mal nicht 0,2 Sekunden, sondern vielleicht nur 0,1 Sekunde. Ja, ich denke, das sieht ganz vernünftig aus. Jetzt passt der Hintergrund vielleicht doch nicht so ganz, denn jetzt gerade gleitet der Bär wunderbar durch den Himmel. Das machen Bären eher nicht. Ich gucke mal, ob ich ein anderes Bühnenbild finde, das etwas besser dazu passt. Ja, da, Wetland, das ist bunt. Aber gut, wenn die beiden Figuren sich bewegen, dann denke ich, geht das ja. Da geht der Bär nicht durch den Himmel. Ja, ich denke, dann bleiben wir eben bei Wetland. Ist jetzt nicht ideal, aber ich denke, das reicht. Passt schon. Kommen wir zum nächsten Schritt. Noch passiert nichts, wenn sich die beiden Figuren berühren. Aber das soll eben genau passieren. Ich muss ja den Bären ausbrechen. Also muss irgendwas passieren, wenn ich berührt werde von den Bären. Von mir schreiben wir das in das Bärenprogramm rein. Also falls wird Bad, also die Fledermaus berührt. Ja, was soll er dann machen? Im einfachsten Fall können wir ihn erst mal was sagen lassen. Sagen wir mal, nicht Hallo, Grubs für eine halbe Sekunde, eine Sekunde. Nehmen wir eine Sekunde. Okay, außerdem soll die Fledermaus noch was machen. Und jetzt gibt es einen Trick. Ich kann der Fledermaus mitteilen, dass ich sie gerade gebissen habe, indem ich ihr eine Nachricht sende. Und der Nachrichtentext soll heißen Hab dich. Das können wir gleich noch dazu programmieren. Jetzt gehe ich in die Fledermaus rein. Und die soll jetzt was machen, wenn sie die Nachricht Hab dich empfängt. Dann hat sie mitgekriegt. Der Bär hat sie gerade gefangen und gefressen. Also falls. Ach nee, das gibt es gar nicht bei falls. Das muss ich anders machen. Dann muss ich ein ganz neues Programm noch mal dazu setzen. Das startet mit der Nachricht Hab dich. Also wenn ich Hab dich empfange, dann machen wir es vielleicht erst mal ganz einfach. Sage erst mal nur Autsch für eine halbe Sekunde. So, das können wir jetzt mal ausprobieren. Die Fledermaus wird gebissen und sagt Autsch. Ja. Wird gebissen und sagt Autsch. Allerdings passt nicht so ganz. Die reagiert verzögert. Erst nach der Sekunde beißen, sagt die Fledermaus Autsch. Das passt nicht. Deswegen ändere ich hier die Reihenfolge. Sende Hab dich. Und dann erst die Grabs für eine Sekunde anzeigen. Das jetzt. Ja. Jetzt gefällt es besser. Grabs Autsch. Das passt zusammen. Ja. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, ein Spielende zu programmieren. Die Fledermaus soll vielleicht maximal dreimal gebissen werden und dann das Spiel aus. Und dazu definiere ich jetzt eine Variable, die die Anzahl der Leben meiner Fledermaus ist. Also nenne ich diese Variable Leben. Und die soll auch am Anfang gezeigt werden. Und ich brauche natürlich einen Startwert. Setze die Anzahl der Leben am Anfang auf 3. Ich starte das Programm. Grabs Autsch. Das passt weiterhin. Aber die Anzahl der Leben ändert sich nicht. Das ist natürlich auch blöd. Muss ich ja reinprogrammieren. Also wenn ich Hab dich empfange, dann sagst du Autsch und ändere Leben um minus 1. So. Leben 2 passt Leben 1 und Leben 0. Und jetzt müsste das Spiel zu Ende sein. Aber das muss ich ja auch erst noch programmieren. Gerade am Anfang ist mir schon aufgefallen, das war ein bisschen doof. Der Bär hat sofort die Fledermaus gebissen. Erstmal ändere ich noch eine Kleinigkeit. Ich sage dazu, der Bär soll am Anfang da unten sein und nicht da vorne, dass die Fledermaus einen guten Start hat. Das ist ganz gut. Hier kann ich jetzt am Anfang mit der Fledermaus dem Bären ausweichen. Jetzt muss ich das Spiel Ende programmieren. Wo kann ich das hin programmieren? Ja, die Bühne selber, die kann auch Befehle empfangen nehmen. Das heißt, ich kann hier rechts auf Bühne klicken. Dann sieht man auch hier das Bühnensymbol. Oben Blast dargestellt. Und hier auch, wenn ich grün empfange, dann nehme ich das Bühnenbild, was ich jetzt habe. Oh, was ist denn da alles drin? Okay, ich habe eine ganze Menge Bühnenbilder, die ich gar nicht brauche. Die lösche ich mal alle weg mit Klick auf die Mülltonne und nehme jetzt meine Wetland Bühnenbild, verdoppel das. Dann habe ich Wetland 2 und da kommt jetzt eine kleine Schrift rein. Ja, schön halt irgendwas mit Game Over. So, Farbe, ja auch nehme ich rot. Und tippen hier Game Over. Und das Ganze ein bisschen größer. So. Und jetzt habe ich zwei verschiedene Hintergrundbildschirme. Ein mit, eine ohne Game Over. Am Anfang soll der Hintergrundbildschirm ohne Game Over zu sehen sein. Und wenn ich keine Leben mehr überhabe. Also, falls, jetzt muss ich hier so einen Operator nehmen, Leben gleich 0, dann solltest du bitte zum anderen Bühnenbild wechseln mit dem Game Over Bildschirm. Und dann kann ich alles anhalten für alle Figuren mit dem Befehl Stoppe alles. Das probiere ich mal aus. Ich flatter ums. Leben 2, Leben 1 und Leben 0. Und jetzt müsste eigentlich, nee, kommt nicht. Hm, war zu schnell. Vielleicht bin ich zu schnell über das 0 hinausgelaufen, oder? Das war nicht genau 0. Manchmal sind es so 0,0001. Ich ändere mal den Operator. Was lieber als falls Leben kleiner 1 ist. Also hier wieder die Variable rein. Leben kleiner 50, nee, kleiner 1. So. Und jetzt müsste es aber funktionieren. Nochmal. Leben 2, Leben 1, Leben 0. Und kein Game Over. Verdammt! Minus 2, das gibt es doch. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen. Ich habe bloß ganz am Anfang einmal diese Abfrage gemacht. Aber diese Abfrage, falls die Leben kleiner 0 ist, die muss er ja die ganze Zeit machen. Das heißt, ich muss das noch in eine Wiederhole-Fortlaufend-Schleife einbinden. Also einmal hier Wiederhole-Fortlaufend drumherum. Und nochmal ausprobieren. Leben 2, Leben 1, Leben 0, Game Over. Alles endet. Ich habe ein Spielende programmiert. Prima. Ja gut, jetzt kann die Fledermaus die ganze Zeit den Bären ausweichen. Ist soweit okay. Aber irgendwie muss sie auch was machen. Also definiere ich jetzt noch eine dritte Figur, die sie fangen soll. Guck mal, da vorne der Apfel, der ist schön. Das heißt, jetzt kommt nochmal ein Apfel dazu, den die Fledermaus fressen soll. Das werden dann vielleicht die Punkte später, wenn sie dann dazu kriegt. Und auch für den Apfel schreibe ich ein kleines Programm. Wenn grün angeklickt wird, dann gehe ich zu einer Zufallsposition. Auch der Apfel ist mir ein bisschen zu groß. 75% reicht. Ja. Und brauche jetzt noch eine neue Variable für die Punkte, die man erreicht hat. Also Variable Punkte, die auch bitte gezeigt wird. Und am Anfang müssen die Punkte natürlich auf neu gesetzt werden. So. Dann wiederhole fortlaufend. Wenn ich von der Fledermaus berührt werde. Also falls wird Fledermaus berührt, dann verstecke ich mich. Also ich verschwinde, bin nicht mehr zu sehen. Ich gehe an eine neue Position und vielleicht eine Sekunde später oder so zeige ich mich erst wieder, damit ich nicht sofort wieder da bin. Dort. Und natürlich muss ich auch noch die Punkte um 1 erhöhen. Nicht die Leben, sondern die Punkte. So. Und los geht das. Wann immer ich den Apfel fresse, kriege ich einen Punkt dazu. Und wann immer der mehr mich berührt, verliere ich ein Leben. Und nach 3 mal beißen ist mein Spiel zu Ende. So. Das sieht doch schon nach dem richtigen Spiel aus. Dann möchte ich noch gerne eine neue Nachricht haben für die Fledermaus, dass die das auch mitkriegt, dass du den Apfel frisst. Wenn ich Apfel empfange. Was mache ich dann? Dann kann ich erstmal irgendwie wieder was sagen. So. Haps. Kurz. Oh. Da war der Apfel gerade genau an der gleichen Stelle. Das ändere ich gleich nochmal. Haps. Dann können wir vielleicht auch nochmal was dazu machen, dass der Apfel am Anfang nicht genau da ist, wo die Fledermaus auch ist. Der erste Punkt soll nicht geschenkt werden. Packe ich den Apfel da oben hin für den Anfang. Haben alle ihre Startpositionen, die Fledermaus in der Mitte, der Bär rechts unten, der Apfel rechts oben, sodass das eben passt. Okay. Das Spiel funktioniert im Prinzip. Jetzt kann ich es noch ein bisschen verbessern. Zum Beispiel, indem ich Sound einbaue. Etwa, wenn ich den Apfel esse. Hier gibt es einen, der ist Chomp. Naja, klingt nicht ganz so. Ich suche mal ein bisschen noch in den Effekten rum. Da ist Chomp. Gefällt mir nicht so ganz. Connect. Ja, das klingt doch besser. So, das sieht immer so. Jetzt habe ich gerade einen Punkt gemacht. Das heißt, immer wenn ich den Apfel habe, kriege ich diesen Connect-Sound zu hören. Probieren wir es mal aus. Ah, gleich erst mal gebissen. Jawohl. Da habe ich dann den Apfel. Und schon klingt das Ganze auch immer noch mehr wie ein Spiel. Gut. Auch wenn der Bär mich beißt, soll ein Geräusch zu hören sein. Gucken wir mal, was wir dort haben. Ne, Grohl. Grunt. Ja, Grohl war gerade komisch, aber Grunt klingt doch richtig cool. So, dann bauen wir mal hier noch den Grunt-Befehl ein. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Das fühlt sich doch jetzt schon richtig nach dem Spiel. Sehr schön. Und es fängt an, Spaß zu machen, das Spiel zu spielen. Okay. Jetzt brauche ich natürlich auch noch einen Sound, wenn das Spiel zu Ende ist. Was nehmen wir da? Das Spiel zu Ende ist, okay, habe ich, da, Lose. Vielleicht habe ich verloren. Wie klingt der? Boah, geht erst mal in Ordnung. Das heißt hier, wenn die Leben kleiner Null sind und das Game-Over-Signal kommt, dann zeigt er mir das auch akustisch an. Okay, kein Spiel ohne Hintergrundmusik. Jetzt brauche ich noch eine Musik. Und hier ist jetzt ein kleiner Unterschied. Die anderen Sounds hat alle Scratch selber angeboten. Hintergrundmusiken nicht. Aber man kann auch eigene Klänge hochladen und die dann die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen. So, und ich habe jetzt hier eine Musik auf einer anderen Webseite heruntergeladen. Die heißt filmmusic.io. Und wenn ihr das auch macht, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr keine Lizenzen verletzt. Das heißt, ihr dürft nicht irgendwelche Lieblingslieder nehmen, die gerade in den Hitparaden sind und die dann veröffentlichen. Wenn ihr euer Spiel veröffentlicht, kann das sein, dass ihr dann großen Ärger mit der GEMA bekommt. Es gibt aber eben Lieder, die sind rechtefrei mit Namensnennung. Filmmusik bietet sehr, sehr viele solche Lieder an. Und dann kann man das ohne Kosten benutzen. Muss bloß im Film selber und vielleicht noch eben als Link unten dran gesetzt dazu schreiben, wo es herkommt. Deswegen blende ich das jetzt hier auch einfach mal ein. Ich habe hier Dark Secrets ausgewählt. von Sascha Emde. Da habe ich vorher ein bisschen rumgespielt, während ich den Film jetzt hier gestoppt habe, ist klar. Und das lassen wir jetzt hier im Hintergrund einfach die ganze Zeit laufen. So. Ist ein bisschen zu düster vielleicht. Ich muss ein bisschen länger suchen müssen in meinen Musikdateien. Aber ich denke, so als Spiel fühlt sich das jetzt schon richtig nicht an. Ja. Machen wir mal ein gutes Spiel. Eine Verbesserung können wir vielleicht noch hinbekommen. Und zwar, du musst die Schwierigkeit richtig einstellen. Wenn du ein Spiel zu leicht machst, dann wird es langweilig, weil du die ganze Zeit Erfolg hast. Wenn du ein Spiel zu schwierig machst, ist es zu frustrierend. Dann funktioniert es auch nicht. Noch besser ist es ein Spiel, dass er es einfach anfängt und im Laufe des Spiels immer schwieriger wird. Das kann ich etwa hinkriegen, indem ich den Bären am Anfang ganz langsam laufen lasse und der im Laufe des Spiels immer schneller wird. So. Wie bekomme ich das hin? Ich definiere noch eine Variable. Die nenne ich Bärtempo oder Bärgeschwindigkeit. Und am Anfang ist die auf 0 und statt Bärtempo-Schritte, äh, äh, statt Fünfer-Schritte zu gehen, gehe ich nun Bärtempo-Schritte. Und in der Schleife erinnere ich die ganze Zeit das Bärtempo um 0,1. Das heißt, die Schrittweite von den Bären wird immer größer und dann läuft er halt auch immer schneller. Und, äh, wenn die Fledermoss berührt wird, dann geht das Leben runter und dann geht das Bärtempo erstmal wieder auf 0. Und das probieren wir mal aus. Jawohl, dann nimmt der Bär aber verdammt schnell Geschwindigkeit auf. Aber zumindest vom Prinzip her funktioniert es. Also er ist am Anfang ganz langsam und wird dann immer schneller. Allerdings wird er viel zu schnell schneller. Das ändere ich gleich. Aber das Prinzip funktioniert. So, jetzt höre ich mal aufzuspielen und ändere nochmal das Bärtempo. All die Bärtempo-Änderung. Also 0,1 war zu viel. Nehmen wir 0,02. Nehmen wir eine Startgeschwindigkeit nach dem Beißen, dass es nicht zu langsam ist. Jetzt ist der Bär erst langsam. Und jetzt wird er allmählich immer schneller und es wird immer schwieriger, an den Apfel zu kommen. Könnte es auch so programmieren, dass mit jedem Apfel, den man hat, der Bär schneller wird. Das wären Alternativen. Gebissen worden. Alles klar. Und jetzt geht es der Bär wieder langsam. Wird langsam wieder schneller. Ja, das macht doch richtig Spaß. Das ist ein schönes Spiel. So. Na, einen Apfel kriege ich noch. Okay, wenn ich hier noch ein bisschen spiele, könnt ihr euch mal selber ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Programmierenübungen und verabschiede mich bis dahin. Macht's gut und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.